Jo, Leute, weiter geht's an dieser Stelle hier mit unserem altbekannten Super Mario 63. Jo, und ich verkackt bestückt jetzt am Anfang, das war wieder richtig. So. Jo, okay. Äh, verkackt richtig war gar nicht so falsch, glaub ich. Mein Gott! Ja, Leute, ich bin zu hektisch, aber das Spiel ist auch hektisch zu mir. So, also, nochmal neu hier, wir laden auf den, äh, den Tank, Tanki, wie auch immer, so, und hoch. Ach, sauber, so. So, jetzt sind wir hier, ähm, kleine Fragefro- ach, da oben ist mir. Ja, ihr seid doch Schweine, ich kenn euch. Nein, 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 nein. Ja! Hm, nein. Nein! Sauber, 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 save, 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 save. Scheiße, Leute, das will knapp. Ach, und er geht kaputt an dem Koopa. An dem fliegenden Koopa geht er kaputt. Okay. Wie du es gerne hättest, mein fliegender Koopa-Friend. Wir werden keine Freunde mehr im nächsten Leben vielleicht. In diesem, aber wohl nicht mehr. Ja, und das war mit Abstand mal wieder eine der geilsten Aktionen, die ich je gesehen habe, TT. Das hier war mit Abstand die zweitgeilste Aktion. Und das hier mit Abstand die drittgeilste Aktion. Weil du jetzt gleich erst einmal ins Land der Träume fliegen wirst. Mit deiner Scheißdüse, die einem so richtig und gar nicht auf den Nerv geht. Und wenn ich jetzt Pech habe, dann fliege ich hier auch noch. Ich habe Pech und fliege runter, 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 runter. Ja, heißt für mich, ich gehe zurück und hole mir die Düse. Also dieses Level ist absoluter Dreck, meiner Meinung nach, wenn ich ehrlich bin. Achso. Achso, hier kann man sogar runterfallen, aha. Und wo geht es hier lang? Ja. Zum Bullshit geht es hier. Nirgendwo geht es hier. Boah, diese fetten Goombas, ey. Ihr Dackel, haut ab! Nirgendwo geht es hier wirklich lang, ne, wenn ich das so richtig sehe. Und ich habe jetzt auch kein, äh... So, also, kommst du mit, Schätzelein! So, machen wir mal von Anfang an den hier. So, wo ich auch immer noch nicht begriffen habe, wie er richtig funktioniert. Aber es ist ja auch egal jetzt erst einmal. So, und jetzt will ich aber da oben hin, Leute. Ich will jetzt da oben hin. Ich will wissen, was da ist. Wenn das so schwer versteckt ist, ja, oder was heißt schwer? Ja, schwer ist es ja nicht wirklich. Ne, tt-t-dummheit und so, ne. Ja! Geschäft! Geschäft, geschafft! Ihr verdammten Dackel, lass mich in Ruhe. Nein! Boah! Aha, WTF, hier gibt es eine rote... Nein, ich hätte ja viel einfacher hier hinkommen können. Ihr verdammten... Achso, stimmt, ich konnte ja zoomen, ne. So, jo, 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 jo. So, jetzt kann man das ja hier mal alles so ein bisschen überblicken. Ich habe ganz vergessen, dass ich zoomen kann, Leute. So, und jetzt nehme ich auch mal diesen Dreck weg hiermit. So, und wir zoomen, wir zoomen. So, kann man jetzt nicht viel, viel besser sehen, Leute. Ich finde, jetzt kann man die Lage viel, viel besser übersehen, wollte ich gerade sagen. Was für ein Spaß. So, überblicken nennt man das Ganze. Jo, jetzt habe ich das Wort auch. So, da oben war ich schon, da gibt es nichts Besonderes. Das heißt, ich gehe nochmal hier hin. Aber irgendwie muss ja irgendwo auch dieses versteckte Labyrinth sein, ne? So, das ist dann bestimmt hier, ne? Aha. Jo, also hier komme ich nicht hin. Aha. Jo, nehmen wir das doch nochmal mit hier. So. Äh, wie ging das denn? Ähm. Boah, Stampfattacke. Wie ging das? Wie konnte... Ah. Ähm, yo. Das ist jetzt nicht so Sinn der Sache hier gerade. Das geht auch nicht. Ja, wo soll ich denn lang hier? Ihr, ihr Bettler. Ah, geil. Geil. Richtig geil. Das Level gefällt mir schon jetzt gar nicht mehr. So, ich nehme jetzt noch hier die Münze mit. Und dann können wir mich auch mal in dem Level, Leute. Ganz ehrlich. So. Exit. Quit. Exit Level. Kein Bock mehr auf dieses Kack. Du, 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 du. So, was ist hier? This door won't open with just any number of shines rides. You will need a special shines ride to get through. Ganz hier mal da in den special shines ride irgendwo hinstecken, ja, mein Freund? Ich gehe da auch so rein, ob du willst oder nicht. So, warte. Ach so. Ach so. Hier komme ich also nicht mehr rein? Was soll der Kack denn, ne? Hört euch denn da wieder ausgedacht? Ist das, der ist ja jetzt nicht im Ernst das einzige verdammte, verdammte Kack-Level? Was ist da? Aha. Oh, äh. Secret Star. Anscheinend, äh, Red Münzen sammeln, wenn ich das so richtig sehe. Äh, oder? Oder was? Hä? Was ist das denn? Äh, da haben wir doch schon eine shines ride. Aber da sind überall hier noch rote. So. Und jetzt? Ganz einfach. Wir zoomen erst mal. So. Jetzt haben wir doch eine Sicht, Leute. Mit der wir was anfangen können, oder? 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 Oh, ja. Die Sache ist kacke. Oh, ja. Es ist... Oh, die Scheiße. Es ist macke. Oh, die Scheiße. Und da ist kacke. Die Scheiße. Ja. Machste mal. Ja, sauber So, den haben wir also auch Was haben wir denn Was haben wir denn hier noch Gib es hier irgendwas Nee, gib es nicht Okay Aber, Moment mal, ja, ich hätte eigentlich unten Ja, mach ich jetzt auch nochmal, Leute Ich nehm das Wasser Ja, oder auch nicht So Jetzt nehm ich mir Nehm ich nochmal hier unsere schöne Düse Mit 100% wieder voll Jetzt ist nur die Frage